Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Waffelwoche, Tag Nummer 6. Ich hoffe, ihr habt bis heute gut durchgehalten und heute gibt es bei uns eine Rainbow Waffel. Und die ist natürlich typisch amerikanisch und wie soll es auch anders sein, findet das Ganze auf dem Kanal von Amerikanisch Kochen statt. Ich würde euch sagen, klickt bitte einmal auf dieses Teil hier, damit ihr direkt zu dem Rezept kommt. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der Amerikanisch Kochen. Sie ist eine wirklich sehr, sehr Liebe. Ich kann euch sie herzend empfehlen und schaut bei ihr vorbei und amerikanische Rainbow Waffeln mit Zahne drauf. Da hätte ich jetzt Lust drauf. Also klickt dort natürlich für das Rezept einmal drauf. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.